ich habe wieder was schönes entdeckt ist neu im katalog 2020 ein futteral speziell für den transport von kits und zwar von montierten kits das ist so semi steif also fast verbindungssteif und hier kann man die kitsch einbauen ist leider ein detail was im katalog untergegangen ist aber ich kann hier die kitsch nur mal demonstriert in transportröhren drin transportieren ich kann die bereits fertig montieren aber ich denke mal hier passen gut zwölf hits rein auf jeder seite unten ist noch mal ein netz wo man sich ein paar montagen mit reinstecken kann ebenso auf der seite also ich finde das insgesamt eine gelungene lösung hier fällt mir doch die tasche um das ist natürlich witzig wie gesagt es ist semi steif durch die futterale durch den transportröhren bekommt es noch mehr stabilität also ist kein echtes hard case aber wirklich eine ganz super gelungene lösung leider im katalog nur mit diesen fotos gezeigt es fehlt einfach mal diese ansicht dass man das professionell für den für die kitsch zum transportieren nutzen kann hier verschlüsse dran schnell montiert wenn man hier gibt es einfach schnell entnehmen ist eine gute idee sollten sich die versierten stipp anna durchaus mal angucken für die kommende saison dankeschön